Das Schicksal der Revanche der Königin. Jetzt ist man noch in den Kampf gewickelt. Dann halt erst in die Garnison, weil das geht im Kampf. Ihr Dreckspenner, ey. Ich wollte mich verarschen, oder? Na, jetzt bin ich nicht mehr im Kampf. Ich werde mich und in die Garnison ziehen. Ich wollte mich nur einmal in das Garnison geben. Ich hatte mich nicht mehr im Kampf. Ich hatte mich nur einmal in der Bewegung. Das sieht hübsch aus. Haben sie gut gemacht. Damit nichts heraus den rückenkrieg tempomeisterschaft ansonsten hätte ich diese ganze action im ruhestein kram war nicht erst gemacht dankeschön